Zwei auf B und zwei hin rum zu A oder? Also ich würde sagen von der Position aus direkt nach rechts rennen, da spawren die nämlich. Okay. Ich zieh C und laufe dann zu B. Kommen alle fünf direkt. Ja das sind alle fünf. Das machen wir. Und jetzt alle zusammen. Oder wie war das? Ist keiner da? Doch kommen sie. Einen hab ich. Boah ich renne voll rein. Aber auch einen. Das war nicht so gut. Da kommen doch welche. Hab ich. Im Haus drin ist auch einer. Hat nicht mal einer zieh gezogen. Ich geh zurück. Da kommen jetzt alle. Wir gehen da hin. B-Brett rein, tot. Scheiße. Nein. Wo ist der? Wo ist der? Genau da. Oh ich wollte die Messer nicht. Ja nix da. Bei B am Tor ist der. Eine. In der Head gefressen. Hinter der Blocks für B. Hab dich. Einsatz für Alter. Ich verreckt. Ich verreckt. Den hab ich nicht gehabt. Jetzt hab ich den. Belogen. Der ist hier im Haus irgendwo. Der ist logen. Richtig logen. Also mittlerweile hat es sich vielleicht geheilt. Richtig logen. Der war richtig logen. Wir haben die Kontrolle über 1. Ja nix. Bei C. Ja zwei, drei Stück. Wie ist denn der? Ja der hat nix. Der ist hier außen irgendwo. Ja ich hab einen. Bei B. Ja nix. Such den immer noch. Äh C. Von C nach rechts außen zu B. Pass auf Pse. Wie weit rechts außen? Hast du den sauber? Weiß ich nicht. Ich hab nur noch rechts laufen sind. Einer slow dazu? Ja ich hab ihn selber. Cool. Wo hast die denn? Geh auf C. Der Headfrag ist super auf diesem Server. Komm doch ins Haus rein. Das ist ja auch unser Server. Ja Tom. Ich hab ihn nicht. Weil das ist low. Du kommst mal. Du kommst mal. Er ist C ja. Markiert. Ey. WTF. Ich schmeiß mal den Headfrag an. Boah. Rechts noch zwei Leute bei C. Markiert. Der blaue Container markiert. Angenatzt. Komm mal drauf auf der Straße bei C. Boah. Boah. Unspot. Mann. Bei A's an. Ja nice. Wo sind die Rives? Wir haben alles verloren. Achso. Oh. Tüti. Oh. Alle bei. Oh. Natürlich. Nein. Bravo. Wir sehen was der Map. Nee. Ich guck irgendwo anders hin. Bei B ist einer. Direkt da. Ja das sind wahrscheinlich zwei. Meine Figur klettert nicht hoch. Ich weiß nicht wie ein Profi das machen. Okay. Die Profis springen da mal rüber. Ich hab keine Ahnung wie das ist. Ich hab's von auch gemacht. Ich bin kein Profi. Bist du im Haus? Ist noch einer bei B? Achso. Boah. Fuck. B sind zwei. Einer in der Schule unten. Der ist jetzt down. Tja Baby. Das ist mir der Anfang auf Dächern zu kämpfen. Im Haus noch einer bei B. Ich mach mal ein Video und zeig dir wie das geht. Ja. Ist noch einer im Haus. Uah. Warte mich. Diesmal hat er gewusst das Video kam. Ja. Da ist noch einer. Dach 10 HP. Oh. Ah. Er hat Mühe. Hab den. Oh mein. B neben dem Haus. Ich war schon praktisch tot. Das ist echt peinlich gewesen für ihn. Jetzt wieder mal dran mit Scheiße spielen. Ja. Oh ne. Ich geh mal ne Flacke. Ich geh zu A außenrum. Ja ich will in dem Sworn. Oh bei C. Komm auf B. Mehrere. Ah lasse da schimmeln. Hinter der Kiste bei B. Ich glaub um ist was drin über A. Welches Haus? Hier mein Haus. Das steht. Aber vielleicht hab ich mir verkauft. Oh. Außen. Außen. Nee. Außen. Oh die von beiden Seiten war A. Von hinten und von vorne. Einen hab ich. Nur noch einer am Leben. Von da wo wir hergerade gelaufen sind. Von C aus. Einer am Leben. Ah da sind zwei. Oh mann. Oh Pepe. Mann. Ja. Vorhin war ich gut. So. Zeit zum auswechseln lassen. Komm keiner. Links von denner lang. Links von außen bei euch. Wie geht. Wie geht. Hä? Oh. Gott sei Dank da ist der Apo-Bank. Hat nicht mehr viel. Ab dem. Oh. Da sitzt noch einer in der Ecke bei B. Ah. Kurzer. Wir wifeln zwei hinter dem Container jetzt. Basti sagt wir sollen im Softcore immer nur 100er geben. Hat er gesagt. Hat er gesagt. So ein Bullshit. Runtergesprungen. Charly. HD ist alles. Ah. Oh sauber. Oh der Gammel war. Oh das krieg ich von der anderen Seite. Mann was ist denn jetzt los hier? Oh. Naja. Das ist so billig in diesem Haus zu gammeln. Ich bin ich negativ. Die können. Ich bin gerne. Die kommen außen zu A. Von B glaube ich. So ne kommen die Wichser. Hast du den? Im Haus? Blauer Container B ist einer. Ja. Hab ich. Im Eck. Im Eck vorne rechts. Ah ich werd gepusht. Die von zwei Leuten bei C. Einer auch im Haus. Bami belebt mal ne Tüte. Ja genau. Hab ich. Hab ich. Steck rechts außen. Schön. Jetzt Linie 10. Die haben die 6er P kommt um zu B hinten rum rechts. Ah B hab ich. Mehrere sind da hinten rum. Ach jetzt sag nicht mehrere. Ich bin jetzt gerade alleine. Zwei gehört. Einer kommt aus der Mitte auf B. Ist rein in die Schule. In der Schule. Ja. Haupteingang. Oh. Hinterm Haus. Neben dem Haus bei B. Ja bei B sind es doch fast alle. Hat nicht im Haus drinnen. Sechs hat er noch. In der Schule oben. Erst hinterm Haus. Neben dem Haus ist noch einer bei B. What? Noch zwei im Leben. Noch einer am Leben. Zwei wieder. Der hatte nicht 6. Ich dachte ich spring da mal raus. Obwohl ich angenommen habe. Ja der hatte 6. Hat er mich gekillt. Danach nicht mehr. Der hat 10 HP auf dem Spot. Schule Schule. Hab ich. Ja. Schau mich das war ich. Entschuldigung. Beiung. Danke euch. Explodiert ja alles. Hier läuft auf deiner. Rechts außen. Rechts außen. Ja der hat noch. Der hat einen Hit nur. Der hat mich ja auch. Ich dachte er läuft zurück. Irgendwas hab ich gesagt. Kommt da mal nix an. Kannst du nix machen. Ne ich hab gut getroffen. Aber er hat halt abgegeben. Ja bei mir kam nix an. Ich dachte er läuft weg. Jetzt müssten sie eigentlich Assault kriegen oder? Ne. Wir haben C-Sporn. Aber wieso kriegen die nochmal C-Sporn? Boah das sind zwei gar nicht. Weil ich will 10 hier haben. Ja tun wir das mal. Irgendwo einer rechts außen. Hab ich. Reviven auch hier. Hinter 10. Und im Hausten. Da sind noch zwei. Natürlich. Noch einer vom C-Sporn. Ach. Auf. Auf C sagt das doch. Ja sorry. Der hat revived. Ah. Der hat mich nicht gehabt. Deswegen dachte ich. Ich sag erst den an der mich gehabt hat. Ah. Ah. Da geht. B ist auch einer. Einer ist B. Mal wieder. Ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich hinterm gelben Container. Oh. Zwei hinterm gelben Container. Einen hab ich. Einen hab ich. Sehr gut. War nur ein Grotzang. Achso. Das Gebäude. Er hat nichts mehr zu fahren. Er hat nichts mehr zu fahren. Da ist noch einer. Noch einer auf A. Oh. Oh sehr gut. Das war geil. Warte. Du ziehst. Ja. Hinter uns. Da ist einer im Haus drin. Oh. Noch einer auf C. Revive. Zwei auf C. Wir müssten jetzt gleich drei auf C sein. Hab zwei auf C. B geht auch. Hab noch einen. Erstmal einen Heater wiederbeleben. Ich bin schon zum C. Ne Quatsch. C hat keiner. Irgendwann C. Nö. Läuft einer. Hab ihn. Noch einer. Der geht ins Haus. Ich auch. Krieg bei C Besuch. Da komm ich zurück zu C. Da ist noch irgendeiner. Oh. Zwei bei C. Oh. Er läuft da rum. Habt du das? Sein gelang ist noch bei C. Springen jetzt beide mit dem. Oh hat nicht. 50 bei C noch. Da ist 50 bei C noch. Na da hat er 5. Hab wieder. Ich bei C. Oh shit. Ach doch Granate. Ist down. Ist down. Danke. Wir geht. Hab den. Ah geht auch. Der gibt ihm immer nur große Rätsel. Tue. JP du warst. Ich hätte dich auch einmal liegen lassen können. Mehr kann nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich hab schon mehr mit mehr zufrieden. Aber ich hab schon wieder keine Muni. War mal so zufrieden. Da stehe ich auf seiner Leiche. Ich will die Waffe nehmen und kommt in Nade. Oh nein. Hat mich. Links außen. Ist bei B jetzt. Einer auf C. Los hinterher. Schnappt ihn euch. Ich bin doch immer an der gleichen Stelle. Schwarmt ihn. Ab ihn. Wir müssen die Schere machen. Oh also. Die Zangenbewegung. Die Zangenbewegung. Ich will nicht mehr. Da kommt noch einer auf C. Warte mal. Von außen. Von rechts. Oha. Ein. Da steht noch einer rechts außen. Beu rechts außen. Oh Gott das. Amen. Da sind alle da gespawnt. Oh scheiße. Einer kommt zu B. Von rechts. Das war der. Da sind noch zwei drei rechts außen. Ja. Alter W. Was denn? Der kommt halt da. Oh. Außen bei B. Nein. Oh ich hab den nur angenloopt. Hinter uns. Na ich kann auch springen du Pisser. Komm nur einer. Wir haben eins auf den Schaden. Ja bist der Worte. auch zu jumpen. Hahaha. Hat er mich gesehen. Ist auf der Stelle im Kreis geöffnet. Wo kam da? Ist die Konade. Da war brennen Mimosen. Das ist schon ein bisschen. Ach komm das ist doch nicht so fies oder? Ist das so fies? Das ist schon ein bisschen. Links von euch. Bei den Halter sind es zwei. Oh. Im Haus. Im Haus. T. Im Haus. Ja der hat nen Headshot. Leute ich hab mich bei C zwei erschossen. Und wollte mich hin hocken zum Nachladen. Hab aber nicht gesehen. Dass ich mich genau vor nen Feind gehockt hab. Im Rücken. Boah mein Gergerlich. War aber echt nicht böse gemeint. Sollte eigentlich so. Ich meine.